So, heute wollen wir das gelernte Stricken, also die rechten Maschen und die linken Maschen kombinieren und unser erstes Muster, nämlich das glatte Rechtsmuster, lernen. Das glatte Rechtsmuster wird ganz häufig für Pullover verwendet. Oft gekaufte Pullover sind in der Regel immer glatt rechts gestrickt. Also dieses glatte Muster, wo sich diese Faust, ich nenne es gerne Faust, bilden. Die erste Reihe für dieses Muster ist eine Reihe rechter Maschen. Die Anzahl der Maschen, die ihr gestrickt, ist ganz egal. Die zweite Reihe, die ihr jetzt schon seht, werden linke Maschen gestrickt. Der Faden wird hinter die Nadel gelegt. Jetzt habe ich da ein bisschen die Randmasche verloren. Also den Faden hinter die Nadel legen, von oben einstechen und eine Reihe linke Maschen. Dieses glatte Rechtsmuster nennt man glatte Rechts auf der Vorderseite, also die Seite, die nach außen ist, die sichtbar ist. Nach innen her nennt man dieses Mutter glatte Links Muster. Wird auch manchmal verwendet. So, hier sehen wir auch schon die Vs, die sich bilden. So, die dritte Reihe einer Musterreihe, so wie eine Reihe genannt wird, wenn man ein Muster strickt, ist wieder eine Reihe rechts. Rechte Maschen. Glatte Rechts strickt man immer eine Reihe rechts, eine Reihe links. Wobei die Hinreihe, also die Reihe von dem Anfangsfaden, den man unten rechts in der Ecke sieht, zum gegenüberliegenden Ende immer rechts gestrickt wird. Rechte Maschen. Und die Rückreihe, wie hier, jetzt zu dem Zippel, den wir gelassen haben am Anfang beim Maschenanschlag, wird eine Reihe linkerer Maschen gestrickt. Wenn ihr gerade hingesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich jetzt die Randmasche rechts gestrickt habe. Irgendwann fängt man an, Randmaschen zu stricken und auch da eine Technik zu verwenden. Ich stricke meine Randmaschen immer rechts und danach die Maschen im entsprechenden Muster. Also hier würde ich in der ersten Reihe die Randmasche rechts stricken, dann alle Maschen rechts und die letzte Randmasche auch wieder rechts. Und in der Rückreihe, in der linken Reihe, würde ich die erste Masche rechts stricken und die letzte Masche rechts und dazwischen linke Maschen. So, jetzt seht ihr hier schon das Glatte Rechtsmuster, wie es aussieht.